Ach, die ganzen Touristen waren alle echt bekloppt. Wir dachten uns, die haben wirklich nicht viel hier. Wie kann man nur sein Handy an dem Stuck spazieren führen? Wir haben ein Selfie-Stick, mal uns auch weg verringt. Wir haben ein Selfie-Stick, was sind wir da so schick? Wir haben ein Selfie-Stick, was sind wir da so schick? Wir haben ein Selfie-Stick, wir haben ein Selfie-Stick. Wir haben ein Selfie-Stick. Wir haben ein Selfie-Stick. Wir haben uns überredet, wir kauften uns zum Teil. Wir haben Selfies geschossen, ey, die waren ziemlich geil. Wir knipsen wirklich alles, unser Essen und das Klo. Doch da wurde alles anders. Ich sag euch auch wieso. Selfie-Stick sind jetzt verboten, wegen Verletzungsgefahr. Man hört von solchen Fällen, und zwar das ganze Jahr. Hast du so'n Teil in der Fresse, fühlst du dich ganz schön benommen? Selbst die Polizei hat statt Stattstöcken jetzt Selfie-Sticks bekommen. Wir haben ein Selfie-Stick. 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh. räume an Selfie-Stick. Hey! Oh! Hey! räume an Selfie-Stick. Hey! Oh! räume an Selfie-Stick, monitor, hör ich claire einen Selfie-Stick, was then an An Homershen. räume an Selfie-Stick, hör man anと dochend, Kördigt, wir haben ein Selfiesteek. Wir haben ein Selfiesteek. Wir haben ein Selfiesteek. Wir haben ein Selfiesteek. Wie länger kam? Vielfiel Dank. Dankeschön.